Und herzlich willkommen bei Forrest, hier im Wäldchen... ...ich jetzt, ok. So, am Anfang zuerst mal einen Bug gehabt. Ach, ok, wir müssen jetzt eh gedrückt halten, um irgendwas zu machen. Ach, um zuerst müssen wir jetzt eh gedrückt halten. Ok, ich bin fertig. Wie sieht's mit dir aus? Verwissen, du, ich seh dich gar nicht. Hallo! Ah! Ähm, Sir Karu? Was los? Verwissen, du, ich seh dich gar nicht. So, irgendwo... Ah, ich seh deinen Namen gar nicht. Ich seh deinen... Ah, ich seh deinen nicht. Lauf mal. Ah, doch, ich seh den. Okay. Ich hab ihn grad nur nicht gesehen. Huch! Weil die Sonne oder das Licht hat geblendet. Und du machst wieder deinen Bug. So. Ah, ja. Zuerst mal den Kopf anknacken hier. Gott, jetzt ist das lange her, dass ich vor Ort gezockt hab. Das ist ewig her. Ich glaub ich sag in der Zwischenzeit ein riesengroßer Update. Was ist das riesengroß? Doch schon riesengroß. Obwohl so groß war's gar nicht. Doch schon riesengroß. Und... Ähm... Ähm... Genau. Ich weiß überhaupt nichts, was das Betrachter da auf sich hat. Ich weiß... Das Einzige, was... Alter... Verschreck mich halt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es... Neues Monster gibt. Mehr weiß ich auch nicht. Okay, bauen wir hier unterhause, oder was? Ja. Ernsthaft? Ja? Komm mal, wie... Wie schön es aussieht, wenn... Boah, der Wind ist ja richtig erfrischend. Alter, das Gras ist das... Ich hab das Gefühl, du musst grad noch alles laden, ich weiß gar nicht warum. Hau mal die Viecher an. Was ist die Viecher? Ich seh gar nichts. Äh... Ich weiß, wo wir sind. Hier ist ein eingeborenes Lager. Bewegt sich da irgendwas? Okay, ich geh... Geh mir mal kurz zum eingeborenen Lager. Kommst du mit? Ne, Spau, ja. Okay, ich bin... Ich geh mal kurz hin, ich komm gleich wieder, ne? Okay. So. Bleißig Löcher mitnehmen. Ja. Mhm. Hup! Weil ich hab hier voll den... Mega-Bug. User in your channel timed out. Ähm. Lol. Ich... Ich... Ich muss gar nicht mal kurz schreiben. Schön. Scheiße. Oh. Es hat ja sehr gut geklappt. Ich hab hierعةπot hin, um den Geruch. an Copper S Core另外 mit Napoleon Position C5810335575 cleFa139957557575757575757552575757575757575757570757575757375757575757575757575757550857575688dis7575752507575757575757575757575857575757575757575757575757575757575757575 Sam hier schon im sod continued to척est. Untertitelung des ZDF, 2020